Auch ein sehr schütten Pulli, auch eine sehr freine Bearbeitung. Der Pulli ist in Größe S bis M. Der Crew dabei, hier vorne ist ein Radclan-Arm. Hier vorne ist er nochmal mit einem Arm in Ansatz, bis hierhin noch eine extra Bearbeitung. Sodass man den mal ganz gut hochschocken kann und den dann auch, den man spazieren kann, ein bisschen lockerer treiben kann. Ja, und unten hast du ein weiteres. Ja, ein bisschen profiger, ne? Und der Pulli kommt nur in 20 Uhr hoch und ist, wie gesagt, Größe S bis M. Weil ich auch an dem Pulli schön finde, dass er unten, dass er Bord so ein bisschen breiter ist. Das wiederholt sich auch an dem Rücken der Bord. Da habe ich ja hier oben nochmal den Armeln. Hier hat er auch einen Long-Pulli hier vorne mit zwei Taschen aufgesetzt. Dieser Pulli ist auch nochmal hier ein bisschen durchbrochen. Auch mit der Farbe Beige, sodass er auch ein bisschen, weil er so schwarz und so traurig aussieht. Bei der Pulli kann man auch traurig von Größe S bis Größe M. Und kommt nur in 20 Uhr hoch. Ja, hier habt ihr auch eine sehr schicke Zwetti. Also ist auch so ein bisschen zwischen Pulli und Zwetti liegt das. Das Zwetti ist hier an der Seite. Das ist dann nochmal beig abgeteilt. Nicht beig, grau abgeteilt, was sich auch hier oben nochmal am Kragen wiederholt. Ein Zipperreißverschluss. Und hier auch nochmal so wirklich toll sein Teil unterbrochen. Ja, das Zwetti könnt ihr ganz gut tragen. Von Größe S bis Größe XL kann man sagen. Das ist auch so eine Einheitsgröße. Und dieses Zwetti kommt 24-50. Das ist auch noch einigeren Ausfall. Und hier auch ein bisschen geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020